Was erwartet mich nach dem Schulabschluss? Mit dieser Frage sehen sich viele Schülerinnen und Schüler konfrontiert. Aus diesem Grund rief die IHK Karlsruhe das Projekt Wirtschaft macht Schule ins Leben. Die Nebenius Realschule unterzeichnete nun einen Kooperationsvertrag mit dem Leonardo Hotel. Wirtschaft macht Schule ist das Öffnen der Schule nach außen und das Anwenden von in der Schule zu Lernenden oder schon Gelernten und das ist unheimlich wichtig, dass die Kinder in die Praxis gehen und nicht nur Theoriewissen anhäufen. Die Eltern sind von dem Projekt mehr als begeistert, denn die Schüler können davon nur profitieren. Hier können sie schon früh ins Berufsleben blicken und vielleicht sogar ihren Traumberuf finden. Also es ist sehr wichtig zu wissen für die Eltern, dass es solche Kooperationen gibt, denn immer wenn der Bedarf da ist, dass Kinder einen Praktika suchen oder auch wenn es um Ausbildungsplätze geht. Das ist natürlich so eine Kooperation von Vorteil, wo man sagen kann, auch mit dem Realschulabschluss werden unsere Kinder bei diesen Kooperationspartnern dann für eine Ausbildung genommen. Ab Klasse 8 bis zur Abschlussprüfung in Klasse 10 wollen Schule und Hotel gemeinsam die Schüler vorbereiten. Kurz bevor sie ihre Kurprüfung abnehmen, auch mal gemeinsam mit einem Koch, mit einer Fachkraft aus dem Hotel auch gemeinsam ein Menü erarbeiten oder zum Beispiel das in dem Bereich, wo auch Tischdeko, wie ordne ich am Tisch alles richtig an, auch das gemeinsam mit dem Leonardo Hotel stattfinden soll. Die idealen Voraussetzungen, sich auf das Arbeitsleben vorzubereiten, sind also gegeben. Nun liegt es an den Schülern, das Angebot auch zu nutzen.